ja sehr geehrte damen und herren herzlich willkommen zu einem weiteren video tipps und tricks für die trimble nova und hier soll es um die schablonen gehen schablonen sind ja im grunde unsere werkzeugkästen in denen wir daten ablegen können um sie später wieder aufzurufen und sich so eine eigene arbeitsumgebung zu schaffen wichtig ist das muss man wissen jetzt für die punkte die jetzt kommt dass man hier über die rechte maustaste allgemein die schablonen einschalten kann oder die icon leiste schablone und das ist dann diese alten leiste der linke schalter ist für die schablonen verwaltung und der rechte ist zum aufnahme von elementen in die schablone normalerweise geht man her hat irgendein element hier in der zeichnung rechte maustaste und dann kann man dieses element in eine schablone ablegen das geht aber nicht mit allen elementen so wenn ich hier zum beispiel auf einen text gehe dann sehe ich dass ich diesen text hier nicht in die schablone ablegen kann wir sprechen in der nova davon funktionsaufrufen und diese funktionsaufrufe muss man aktiv setzen damit die schablone abgelegt werden können ich kann also hier auf den text gehen rechte maustaste neu dann kann ich mir den auch noch irgendwie verändern und so wie ich den dann eingestellt habe kann ich den jetzt in die schablone geben über diesen button in schablone übernehmen dann kann ich den also hier in meine schablone ablegen ist hier die beschriftung schablone der heizung und kann den da entsprechend absetzen ich zeige das auch mal ganz kurz hier die schablone das ist meine schablone und da ist jetzt hier die beschriftung dazu gekommen und wenn ich die aufrufe dann habe ich die jetzt mit dem letzten einstellung gleiches gilt zum beispiel auch hier für die beschriftung für die bemaßung auch die bemaßung ist eine solche funktions oder eine sogenannte funktion und auch die kann ich dann entsprechend hier einstellen und kann mir die hier ablegen indem ich auf diesen schalter in schablone übernehmen gehe und dann kann ich mir die so ablegen wie ich die benötige kann ich auch noch mal machen und dann kriege ich das hier entsprechend hinein das war die eine sache die ich gerne zeigen wollte die zweite sache ist dass man sich auch bauteile gezielt in ihrer eigenschaft ablegen kann ich zeige das mal ganz kurz hier am kanal rechte maustaste neu und ich habe diesen kanal jetzt in dem platziermodus frei und setzte mal ab und wenn ich den entsprechend in die schablone ablege dann bekomme ich den auch mit der entsprechenden funktionsweise also hier einstellung frei angeboten aber ich kann jetzt mal rechte maustaste neu und drücke dann k für die an kanal technik und jetzt gebe ich den über rechte maustaste in die schablone und rufen wir den auch hier einmal auf habe ich hier das ist der untere eintrag ist jetzt der den ich gerade eben gemacht habe mit dem kanal den ich über an kanal platziert habe und diese funktionsweise behält er sich auch also hier habe ich die funktionsweise frei und hier habe ich die funktionsweise an kanal ja das waren so zwei kleine tricks für die schablonen oder für ablage von elementen in der schablonen und ich hoffe dass die helfen für die tägliche arbeit danke für ihre aufmerksamkeit für mehr informationen zu unseren produkten oder um eine präsentation zu organisieren besuchen sie uns auf mp.trimpel.com oder finden sie den am besten für sie passenden link in der video beschreibung die schablonen, sich verletzen zu wollen die schablonen oder andere bokenen oder andere bspillagen die schablonen die schablonen die schablonen an die verletzenden auch